Wann immer Jenny Elvers auf dem roten Teppich auftaucht, ist sie ein absoluter Blickfang. Auch bei dem Charity-Event Tribute to Bambi in Berlin ist sie ein heiß begehrter Gast bei den Fotografen und Journalisten. Die Moderatorin und Schauspielerin weiß genau, wie sie sich perfekt inszenieren muss. Oder im Bunte.de-Interview zeigt sich Jenny herrlich selbstkritisch. Die schönste Seite ist, glaube ich, immer die natürliche, die morgens aufwacht und einfach da ist. Ich weiß nicht, ob nur rechts oder links, ganz ehrlich, da ist Schminke, da ist Schminke, da ist ganz viel Haarspray, da ist Haarspray. Manchmal sieht man auch Fotos toll aus, manchmal nicht. Und es ist der gleiche Abend, man wundert sich. Jenny verrät ihr Geheimnis, um so perfekt auszusehen. Naja, ich bin 51, ich brauche gutes Licht. Licht ist das ganze Geheimnis. Viel Licht ist hier definitiv vorhanden, aber gute Gene scheinen auch ihre Finger im Spiel zu haben.